Ich wusste immer, dass irgendetwas nicht richtig ist. Immer mehr, vor allem Jugendliche, fühlen sich unwohl im eigenen Körper. Das ist immer wieder mal eine Frage in der Medizin. Ist jemand zu jung? Ich habe nicht erwartet, dass es so schnell geht. Geht es vielleicht manchmal zu schnell? Mehr Anerkennung oder Liebe. Selbst wenn ich gesucht habe, habe ich das nicht wirklich gehabt. In diesem Brief wird auch eine sehr bekannte Institution kritisiert. Grüezi Frau Pauli. Grüezi Frau Bleser. Warum es wichtig ist, gut zuzuhören, erzählen junge Menschen in dieser Geschichte. Wir stellen in dieser Recherche nicht in Frage, ob es Transgender gibt oder nicht. Früher wurde das als Krankheit abgedacht, das ist zum Glück heute anders. Das Ziel ist, dass man den Betroffenen möglichst schnell hilft. Umstreiten ist die Frage, gerade bei Jugendlichen, ob das sorgfältig genug passiert oder nicht. Das hier ist Meli, 35 Jahre. Das bist du mit, wie viel? Über zwei. Zwei. Die Meli ist eine sogenannte D-Trans-Frau. Sie hat zuerst als Meiji gelebt, dann eine Geschlechtsangleichung zum Mann gemacht und lebt heute wieder als Frau. Was ist da drin? So Teenie-Zeiten, peinliche Fötterchen. Ja. Mit Stögelischuhen, wenn ich am Frühling bin. Melli mit Stögelischuhen. Ja, ich habe vieles ausprobiert. Es war mehr eine Suche. Was passt zu mir? Wo fühle ich mich drin wohl? Da sieht man auch die weiblichen Rundungen so an. Ja. Ja. Wo ich mich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht wohlgefühlt habe. Einfach das Körper, die Brüste, die mich gestört haben. Ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Alles war nicht cool. Elf Jahre vor ihrem Leben hat Melli als André gelebt. Erst seit anderthalb Jahren ist sie wieder froh. Du bist ein sympathischer Typ. Ja. Gut aussehend. Sportlich. Das vermisse ich. Ja. Six Pack. Ja, fast. Schon in der Kindheit war Melli nicht gerne Mädchen. Es hat schon sehr früh angefangen. Eigentlich so mit drei, vier Jahren. Als ich gemerkt habe, dass mein Papi sich nicht für mich interessiert. Und ich wollte aber einfach seine Anerkennung, seine Liebe. Ich meine, es ist mein Papi, ich bin seine Tochter. Und das habe ich nicht bekommen. Und so habe ich unbewusst und unterbewusst angefangen, alles, was weiblich ist, wie ablehnen. Ich habe gemeint, es sei das Richtige. Es war mehr Hoffnung und nicht ein ganz tiefes Wissen. Doch, es ist das Richtige. Auf dem Weg zum Mann hat sich Melli die Brüste wegoperieren. Heute sagt sie, ob sie wirklich trans sei. Sei nicht wirklich gut abgeklärt worden. Niemand habe gefragt, ob sie vielleicht noch ganz andere Probleme haben. Wenn der Körper nicht zum gefühlten Geschlecht passt, heisst das in der Fachsprache Geschlechtsinkongruenz. Und wenn die Person darunter leidet, spricht man von einer Dysphorie. Die Betroffenen, die in diesem Film sprechen, sind deswegen schon beleidigt oder beschimpft worden. Darum sagen wir nicht allen den richtigen Namen. Hallo. Hoi, Raphael. Was heisst sorgfältig umgehen mit Transjugendlichen? Über das reden wir auch mit Raphael. Er ist 16. Er heisst eigentlich anders. Wir begleiten ihn zum Arzt. Seit fünf Monaten nimmt er Testosteron, das männliche Geschlechtshormon. Sein Hormonspiegel im Blut wird regelmässig untersucht. Er hat zuerst als Meiji gelebt. Richtig hätte sich das nie angefühlt. Sein Unwohlsein im Körper konnte er aber erst als Jugendlicher so richtig einordnen. Jetzt steckt er mitten drin, in der sogenannten Transition. Raphael wird auch äusserlich zum Mann. So, grüß dich miteinander. Hallo. Ganz wichtig ist sein Arzt, der Gynäkologe Niklaus Flütsch. selber Transmann. Er sagt, er habe schon über 1'000 Transpersonen begleitet. Er verschreibt Raphaels Testosteron. Die Gender-Dysphorie-Diagnose stellt er als Gynäkologe nicht. Wie geht es mir? Wirklich sehr gut. Also ich fühle mich mega wohl im Körper. Schön. Wir haben uns ja letztes Mal im September gesehen. Da hast du schon angefangen mit dem Testosteron-Gel. Jetzt nehme ich an, hat sich wahrscheinlich wieder gewisse Sachen verändert am Körper. Hast du etwas festgestellt? Ja. Was mir vor allem aufgefallen ist, ist die Gesichtsbehaarung. Wie einfach so ein bisschen ein Flausch. Nicht wirklich irgendwas Bartmässiges. Und die Stimme gehört man auch, die ist tiefer geworden. Ja, der Stimmbruch ist auch noch mal ein paar Schritte weiter gegangen, würde ich sagen. Gibt es Momente, wo du auch schon zweifelt hast an dieser ganzen Therapie? Ähm ... Also wirklich aktiv. Mir gedacht, okay, vielleicht ist es nicht eine gute Idee gewesen. Das habe ich wirklich noch nie gehabt. Ja. Also so die Vorstellung, die Hormontherapie abzubrechen. Jetzt. Das wäre so ein Worst-Case-Szenario gerade im Verlauf von meinem Leben. Raphael will um keinen Preis mehr als Frau leben. Er ist Mann. In wenigen Monaten will er sich auch seine Brüste wegoperieren lassen. Ich habe da wirklich keine Angst davor, dass sich etwas in einem Anfang falsch anfühlt. Weil bis jetzt hat sich wirklich alles auf jede Art und Richtung angefühlt. Und es ist jetzt wie so das, was immer in meinem Kopf schon da war oder was in mir schon war, wie ich mich wahrgenommen habe, ist jetzt von aussen auch sichtbar. Sein Arzt weiss, dass alles sorgfältig muss abgeklärt werden. Auch allfällige Zweifel. Und dann ist halt wichtig, dass man sich immer wieder reflektiert. Darum treffen wir uns auch regelmässig. Und dort wird eigentlich auch wieder ein bisschen evaluiert. Ist der richtige Weg? Und darum ist es für mich auch wichtig, so Fragen zu stellen. Gibt es Zweifel? Oder haben Sie sich schon mal überlegt, halt doch aufzuhören? Der andere Punkt ist halt auch Zeit zu geben. Oder dass man nicht alles überstürzt macht. Also ja meistens einfach immer abbremsen. Weil wenn mir mal die Entscheidung gefehlt hat, dann fehlt häufig Geduld. Und Geduld braucht es, um so einen Prozess zu durchlaufen. In den letzten fünf Jahren haben geschlechtsangleichende Operationen auch so, dass man dem Körper dem gefühlten Geschlecht anpasst, in der Schweiz stark zugenommen. Im Jahr 2022 gab es 525 Operationen. Fast die Hälfte von allen Eingriffen gab es bei jungen Menschen. 45 % der Operationen wurden in der Gruppe von den 15-24-Jährigen durchgeführt. In dieser Altersgruppe gleichen die meisten von Frau zum Mann an. Die Brustentfernung, die Mastektomie, war der häufigste Eingriff. 142 Mal wurde die OP durchgeführt, 24 Personen waren letztes Jahr unter 18. Jetzt ist eine Brustoperation ein Thema. Der Anfälle ist 16. Ist er nicht zu jung? Das ist immer wieder mal eine Frage in der Medizin. Ist jemand zu jung? Wir sagen, das hat in dem Sinne nichts mit dem Alter zu tun. Die Volljährigkeit ist mit 18, aber die Urteilsfähigkeit ist durchaus früher. Also urteilsfähige Personen sehen wir schon ab 13, 14 Jahre. Der Gynäkologe vergleicht es mit einem Schwangerschaftsabbruch bei Minderjährigen. Auch das dürfen junge Frauen ohne Eltern entscheiden. Gibt es denn eine Sicherheit, dass das Bereuen zum Beispiel nicht eintritt? Als Mediziner muss ich sagen, es gibt keine Sicherheit. Auch wir alle haben das Problem. Wir können uns für eine Ehe entscheiden, die in zehn Jahren nicht mehr stimmt. Wir wollen ja eigentlich alle, dass es ihnen besser geht. In dem Sinne. Darum bin ich auch überrascht, wenn ich solche Geschichten höre. Dass jemand einmal zum Psychologe geht und dann hat er quasi Indikationsschreiben hinterhalten. Am nächsten Tag fängt es mit der Hormontherapie an und dann nach drei Monaten ist schon die Mastektomie. Das sind Geschichten, die ich schon sagen muss. Also da ist etwas nicht ganz richtig gelaufen, wenn das so schnell geht. Die Geschichte von Raphael und Melli erzählen wir dann weiter. Zuerst wollen wir jetzt aber noch anderen Jugendlichen zuhören. Wir haben in dieser Recherche mit rund 20 Leuten gesprochen, hatten ja auch viele Kontakte mit Jugendlichen. Jugendliche, die sich als Minderjährige zuerst als trans geoutet haben und nach ein paar Jahren ihr Geschlecht doch nicht ändern wollten. Was sie sagen, zeigt, wie wichtig eine sorgfältige Abklärung ist. Ich wollte mich verstorbenen Vater durch mich weiterleben lassen und den Mann im Haus sein. Mir ging es nicht gut. Ich war selbstmordgefährdet und habe mich körperlich und geistig nicht wohlgefühlt. Ich fühlte mich schon immer zu Frauen hinzugehen. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt, dass ich körperlich ein Mann werden wollte. Es ist langweilig normal zu sein, wenn man leidet, ist man wichtig. Das lernst du in den sozialen Medien. Es ist sehr gut angekommen, dass ich trans gewesen bin. Alle haben mich motiviert, den Weg zu gehen. Freunde, Organisationen, Fachpersonen. In unserer Recherche sind uns auch kritische Eltern begegnet. Uns ist ein Brief zugestellt worden. In neun Fällen machen Mütter und Väter von Jugendlichen und jungen Erwachsenen Vorwürfe. In mehreren Fällen kritisieren sie direkt die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Zürich, kurz KJPP. Weitere Kritik betrifft Institutionen, die zum Teil mit der KJPP zusammenarbeiten. Die Vorwürfe sind, Diagnose Geschlechtsdysphorie werde zu schnell gestellt. Ohne genaue Beurteilung von jugendlichen Personen auf weitere Themen wie etwa eine Depression. Die Eltern schreiben, Fachpersonen machen Druck zum Beispiel mit der Suizidgefahr von trans-Jugendlichen. Wir treffen einen Teil dieser Eltern. Irgendwo in Zürich. Die Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder vom Treffen erfahren, sie haben Angst, dass sie sonst ihre Beziehung fährt. Wir dürfen die Eltern nicht zeigen, aber zuhören und erfahren mehr über die Kritik gegen die KJPP und andere Institutionen. Wir konnten die einzelnen Fälle nachher nachvollziehen. Innerhalb von 40 Minuten wurde die Diagnose gestellt. Innerhalb von zwei Monaten gab es Testosteron und nach einem halben Jahr die erste Operation. Alles ist auf medizinische Massnahmen ausgerichtet. auf weitere psychologische Themen wird nicht eingegangen. Und das in einer heiklen Phase der Entwicklung. Wir Eltern sind nicht mehr einbezogen worden. Es gibt nichts an der Hand. zu nehmen. Ältere werden nicht selten überrascht vom Transthema ihrer Teenager. Sie sind häufig überfordert und müssen darum von Fachleuten sorgfältig auf den Weg mitgenommen werden. ganz wichtig sind hier Psychiater und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeutinnen die Diagnose stellen. Dass das in Sprechstunde für Geschlechtsidentität an der kritisierten Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie KJPP nicht immer der Fall war, erzählt auch ein Jugendlicher selber. Wir sagen ihm, Cedric, auch er heisst eigentlich anders. Er und seine Mutter wollen anonym bleiben. Zu gross ist Angst, dass sich ihre Geschichte negativ auf die private und berufliche Zukunft vom heute 18-Jährigen auswirken könnte. Um seine Kritik zu verstehen, müssen wir zuerst reinhören, warum er vor drei Jahren mit 15 Jahren Mädchen werden wollte. Im Sport wurden die Mädchen anders benutzt als die Jungs. Das fand ich unfair gefunden. Auch, dass Mädchen viel mehr Auswahl haben an Kleidern. Für uns Jungs gibt es nur Jeans und Pulli. Ich dachte, als Mädchen wäre das Leben einfacher. Im Internet begann sich Cedric mit Docus und auf Social Media informieren. Social Media war sehr wichtig. Dort wird einem das Bild vermittelt, dass es sehr schnell gehen muss. Ich wollte das unbedingt auch. In den sozialen Medien, besonders auf TikTok und Instagram gibt es massenhafte Videos von trans Personen. Sie feiern ihre Operationen und präsentieren stolz ihre Vorher-Nachher-Bilder. Heute kritisiert Cedric, wie die ersten Abklärungen in der Sprechstunde vom KJPP abgelaufen sind. Ich war nervös. Ich wusste nicht recht, wie das so geht. Beim ersten Gespräch waren dann schon die Pubertätsblocker Thema. Und auch gerade, wie es weitergehen könnte mit weiblichen Hormonen. Und man hat gesagt, man müsse vorwärts machen, so schnell wie möglich Pubertätsblocker, um den Stimmbruch zu verhindern. Und man hat mir geraten, meine Spermi einzufrieren. Einerseits habe ich es toll gefunden. Es wird einem ein Weg aufgezeigt. Andererseits war ich überwältigt. Ich habe nicht erwartet, dass es so schnell geht. Und im Rückblick würde ich sagen, zu schnell. Diagnose Genderdysphorie sei in ihrer ersten Besprechung bestätigt worden. Für ihre Zweifel und ihre Fragen gab es keinen Platz, sagt seine Mutter. Ich war schockiert. Nach fünf Minuten wurde mein Sohn gefragt, wie er als Mädchen heissen möchte. Und nach zehn Minuten musste ich das Gespräch verlassen. Nachher habe ich eine kurze Version vom Besprochenen mit Pubertätsblockern und Spermien eingefrieren. Das musste ich zuerst einmal verdauen. Sehr komisch fand ich, dass die eigene Diagnose von meinem Sohn als einzig richtig angeschaut und überhaupt nicht mehr weiter nachgefragt worden ist. Ich fühlte mich sehr allein mit meinen Fragen. Bei der Diagnosenstellung wurde schon gefragt, warum ich zum Schluss komme, trans zu sein. Es wurde dann aber akzeptiert, als ich gesagt habe, ich wusste es nicht. Seine Mama gibt nach zwei Monaten das Okay für Pubertätsblocker an einer Klinik ausserhalb von Zürich. Sie wollten zwar nicht, hatten aber Angst, sonst ganz ausgeschlossen zu werden. Cedric fällt in eine Depression, bricht die Therapie nach anderthalb Jahren ab, weil seine Knochen dichte gefährlich abnimmt. Ich habe gemerkt, dass ich immer kränker werde. Darum ist Aufhören eine Erleichterung gewesen. Das Trans-Thema ist heute nicht mehr das Hauptthema in meinem Leben. Wenn ich den Schnellzug genommen hätte, wäre das anders. Dann wäre ich ganz ein anderer Mensch. Weil der Umgang mit Transjugendlichen delikat ist, gibt es internationale Leitlinien speziell für diese Altersgruppen. Wir haben sie auf Deutsch übersetzt. Wichtig sind die Eltern im Prozess mit Einbeziehen und für medizinische Behandlungen gilt, die Geschlechtsinkongruenz ist ausgeprägt und hält über die Zeit an. Der oder die Jugendliche weist die erforderliche emotionale und kognitive Reife auf, um eine informierte Einwilligung in die Behandlung zu geben. Die psychischen Probleme des oder der Jugendlichen, falls vorhanden, wurden umfassend thematisiert. Denen Richtlinien hat sich auch Dagmar Pauli verpflichtet. Sie ist Chefärztin und stellvertretende Direktorin der kritisierten Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie KJPP der Psychiatrische Uniklinik Zürich. Sie ist die Expertin für Gender-Frage in der Schweiz. Vor 13 Jahren hat sie die erste Sprechstunde für Trans-Kind und Trans-Jugendliche gegründet. Dagmar Pauli sagt öffentlich immer wieder, wie wichtig ihr sorgfältiger Umgang mit Trans-Jugendlichen ist. Wir beurteilen jeden Fall individuell und schauen wirklich, dass wir mit den Betroffenen und den Eltern im Dialog die beste Lösung finden. Und ich rate auch ein, sich genügend Zeit zu nehmen für diese Entscheidungen. Einfach nur zuwarten ist halt für die Betroffenen, wenn sich die falsche Pubertät im Körper entwickelt, oft sehr leidvoll. Gegen sie als verantwortliche Chefärztin und ihres Behandlungsteams richtet sich die Hauptkritik der Eltern. Dagmar Pauli hat nach eigenen Angaben 300 trans-Kind und Jugendliche und ihre Familien begleitet, zum Teil jahrelang. Für viele war ihre Sprechstunde wohl die Rettung. Mit so Eltern haben wir auch gesprochen und sie erzählen von einer sorgfältigen Begleitung. Dagmar Pauli und ihr Team sind wichtig. Ihre Sprechstunde ist für die Betroffene nicht zu selten die erste spezialisierte Adresse. Grüezi Frau Pauli. Grüezi Frau Glaser. Hallo. Danke. Sie betont, Diagnosen werden nie vorschnell gestellt. Nein, wir machen das nicht nach einer Sitzung. Es kann höchstens sein, dass man sich nach einer Sitzung schon mal informiert, damit man schon mal Bescheid weiss, was es für Möglichkeiten gibt. Aber es braucht immer noch mehr Abklärungen, um dann die eigentliche Behandlungsindikation zu stellen. Was wir nie machen, ist irgendwelche medizinischen Behandlungen ohne Einverständnis der Sorgeberechtigten. Das heisst, die Eltern, dort in den Fällen, wo wir dann tatsächlich Pubertätsblockaden durchführen, sind ja die Eltern immer einverstanden und haben das auch gewünscht und die Jugendlichen ja sowieso. Jetzt gibt es dort Eltern, die sagen, ich habe unter Druck agiert, ich habe unter Druck gesagt, ja, wir machen die Behandlung, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt. Es ist immer schwierig. Ich kann ja den Leuten das nicht absprechen, wenn die sich so gefühlt haben. Und ich habe auch Verständnis dafür, weil es entsteht schon oft ein grosser Druck, wenn die Jugendlichen so leiden. Dann kann ich eigentlich auch wiederum nur sagen, es wäre total wichtig, dass man dann das auch mit der Leitung von der Sprechstunde, in dem Fall bin es ja ich, bespricht. Und wir könnten vielleicht eine Lösung finden. Wenn eine Jugendliche oder die Mutter heute sagt, im Rückblick nach fünf Minuten hat mein Kind quasi einen neuen Namen gehabt, eine neue Identität, ich bin schlecht damit überfordert gewesen, ich bin nicht transphob, ich bin einfach überfordert gewesen. Dann tut mir das wahnsinnig leid, wenn das so passiert ist und sollte es auch in unserer Klinik passiert sein, dann tut mir das auch leid. Weil ich würde jetzt auch so vorgehen, dass ich dann sage, oh, ich habe hier schon noch ein Dilemma. Jetzt sagst du mir, du bist Tom und die Eltern sagen mir, aber du bist Lara, wie sollen wir denn jetzt hier heute damit umgehen? So versuche ich das zu machen und das eigentlich mit der Familie zu thematisieren, dass das eine schwierige Situation ist. Wir haben ja mit einer jugendlichen Person gesprochen, die wie gesagt hat, mir ist es zu schnell gegangen, ich habe das nicht erwartet gehabt. In der Regel ist es so, dass die Jugendlichen ein atemberaubendes Tempo haben, alle Massnahmen schon kennen und wissen, weil sie sich schon extrem informiert haben und die Eltern überfordert sind. Wenn jetzt Jugendliche im Nachhinein sagen, ja, das war mir selber zu schnell, dann muss ich sagen, ja, dann ist ja gut, dass das in diesem Prozess doch immerhin möglich war. Es ist nicht passiert, dass eine irreversible Massnahme eingeleitet wurde. Aber müssen die Fachpersonen nicht rein und sagen, wir bremsen, wenn wir das spüren? Doch, auf jeden Fall. Das müssen sie. Und das tun wir die ganze Zeit. Ich habe unzählige Fälle, wo wir das machen. Ein Vorwurf aus dem Brief der Eltern ist auch, mit der Suizidgefahr werde Druck gemacht, schnell zu handeln. Es ist ja so, wir wissen, dass um die 70 Prozent von Transjugendlichen suizidal sind. Und das ist wirklich schlimm und das ist viel. Und wenn das in einem Fall so ist, dann können wir es ja den Eltern nicht vorenthalten. Also der Druck ist nicht irgendwie so eine Erpressung von den Jugendlichen oder so, oder dass wir jetzt das ins Feld führen. Darum müssen sie zustimmen, sondern es ist auch wieder so eine Information, die wir ja geben müssen. Jetzt ist der Brief im Raum mit den Vorwürfen nach einer Forderung vor einer externen Untersuchung. Wie werden die reagieren auf diesen Brief? Im Prinzip glaube ich, dass die externe Untersuchung ja auch nur das bestätigen würde, was ich gesagt habe, wie unsere Leitlinien und Richtlinien sind. Ich möchte den Fällen nachgehen. Also ich möchte gerne mit jedem einzelnen betroffenen Eltern teil. Es sind ja oft nur einzelne Eltern und das andere Elternteil ist komplett anderer Meinung und die Jugendlichen wieder anderer Meinung. Da möchte ich gerne mit diesen Familien zusammensitzen und die Fälle wirklich genau anschauen, alle Vorwürfe anschauen. Dagmar Pauli bestreitet die Vorwürfe der Eltern. Und noch nie haben trans Personen an der KJPP eine Transition bereut, sagt Dagmar Pauli auch noch. Es ist umstritten, wie viele Personen eine Transition wieder rückgängig machen oder bereuen. Laut unterschiedlichen internationalen Studien sind das von weniger als 1%, die bereuen, bis mehr als 13%, die die Transition rückgängig machen. Zurück bei D-Trans-Frau Melly. Hallo. Wir sind im Café ihrer Freundin. Ihr Fall hat keine Verbindung zur kritisierten KJPP oder Dagmar Pauli. Das ist schön. Was kann passieren, wenn alles zu schnell geht, zeigt ihre Geschichte eindrücklich. Elf Jahre hat sie als Mann gelebt. Dabei hat sie schon kurz nach der Brustentfernung die Zweifel an ihrer Transidentität gehabt. Ich habe dann versucht, das Leben zu leben, wo ich dachte, dass ich jetzt leben müsste. Ich hatte eine Freundin, zwei Kinder, wir haben uns verlobt, wir wollten heiraten, ich hatte eine Beziehung und alles. Und es hat trotzdem irgendwie nie Furcht verliert. Und trotzdem habe ich es dann eben weitergezogen und dachte, zurückgehen. Ja, und was ist, wenn ich zurückgehe? Gehe es mir dann nachher wieder besser? Ich weiss es nicht. Recht viele Zweifel und niemand darüber zu reden. Die Meli ist heute im Reinen mit sich. Dabei geholfen hat sie den Glauben an Gott. Sie fühle sich wohl als Frau, trotz fehlender Brüste und noch immer männlichen Merkmale. Jetzt, als ich zurückgegangen bin, habe ich zuerst schon gedacht, darum muss ich mich ja trotzdem jeden Morgen rasieren, weil der Bart wacht immer noch. Kleidchen anlegen ist etwas schwierig, weil hier nichts ist. Dafür habe ich einen dickeren Bauch und dann sieht es etwas unvorteilhaft aus. Aber das waren so die ersten paar Wochen und jetzt ist es okay. Also ja, ich kann durchlaufen durch die Strasse, ohne dass ich denke, wieso schauen die mich jetzt an? Oder was denkt jetzt der echt? Du bist jetzt eine, wenn ich es richtig verstanden habe, der wirklich herstellt und sagt, ich bereue diesen Schritt, dass ich das gemacht habe. Ja. Warum? Weil es mir nicht das gebracht hat, was ich mir erhofft habe. Also ich habe ja gedacht, wenn ich Transitioniere zum Mann, dann kann ich frei sein, dann geht es mir gut, dann werden die Leute mich mögen. Also das war eigentlich der Hauptgrund. Dann komme ich bei den Leuten an, dann werde ich sie sehen. Und das ist zwar zum Teil schon so etwas gewesen. Also plötzlich hätte man gehört, wenn ich etwas gesagt habe, auch weil die Stimme tiefer war und voluminöser. Aber mehr Anerkennung oder Liebe oder einfach das, was ich gesucht habe, habe ich durch das nicht wirklich gehabt. Und auch, wenn Melli ihre Brust nicht vermisst, etwas beschäftigen zu. Für mich ist es mehr, wenn ich jetzt noch wie ein Kind bekomme, ich kann es dann nicht stillen. Das ist so etwas, das man recht wehtun hat, wo man das bewusst wurde. Das ist etwas, das du dir vorstellen kannst? Ja. Absolut. Das konnte ich lange nicht, aber mittlerweile eigentlich mega gerne. Ja. Ja. Eigene Kinder ist schon ein grosser Wunsch eigentlich. Ja. Wir treffen den trans- Jugendlichen Raphael nochmal bei sich zu Hause. Hallo. So schön. Als Mann ist er Aho, im richtigen Körper. Wir machen doppelt so viel, als das steht. Das alles rein? Ja. Wir haben da alles reingetan. Natürlich. Ihr seid im Dialog zusammen, immer, die ganze Zeit? Man ging voll aufeinander eingegangen und ich kann das wirklich, das war wirklich sehr wichtig für mich zu diesem Punkt. Die letzten Jahre waren für alle nicht einfach. Raphael hat an einer Depression gelitten, dann die Transition angefangen. Die Mama Maria hat zwar einen neuen Sohn bekommen, dafür auch die Tochter loslassen müssen. Und da hat uns Raphael auch Chancen gegeben, oder? zu sagen, hey, wollen wir nicht einen Brief schreiben und noch Tschüss sagen? Und das haben wir dann gemacht, auf den Geburtstagen. Und es war mehr so für uns wichtig. Und trotzdem hast du dich gefreut. Der Prozess hat viel Zeit und gegenseitiges Verständnis gebraucht. Für mich ist es einfach so weit gut, solange es für Raphael gut ist. Und wenn ich weiss, er freut sich darauf, er hat sich so fest gefreut auf die Hormonbehandlung, auf die anstehenden Operationen jetzt auch, dann ist meine Sorge mehr, hoffentlich geht in der Operation alles gut. Die Medizin ist gesundheitlich für ihn. Aber den Eingriff selber habe ich nie infrage gestellt. Und was schon meine Haltung ist, wo wir darüber gesprochen haben, es ist deine Entscheidung. Und du weisst die ganzen Konsequenzen, die Folgen davon. Und dann sagst du ja oder nein. Und ich akzeptiere die Entscheidung. Trans sei man, ergänzt Raphael. Man entscheide nicht, ob man das will. Ich habe mit dem Missverständnis gelebt, dass sich trans Menschen das aussuchen oder dass sie das wirklich auch wollen, dass sie das aktiv wollen wollen, um es auch zu sein. Und ab dem Punkt, wo mir jemand erklärt hat, das ist nicht so und es hat mit will absolut nichts zu tun, erst ab dem Punkt konnte ich es dann auch an mir selber akzeptieren und anfangen zu verstehen. Dass trans Personen weniger leiden, das ist das oberste Ziel. Für das brauchen sie ein funktionierendes Umfeld. Aber auch kritische Fragen müssen erlaubt sein. Und weil jede Geschichte individuell ist, sind die Fachpersonen extrem gefordert. Wenn du mehr von uns sehen willst, dann abonniere dich den Kanal. Und hier findest du weitere Recherchen von uns aus dem Gesundheitsbereich. Vielen Dank!